So, ich bin hier in der Stadtmitte von Ludwigshafen am Rhein und habe hier ein Kunstwerk gesehen. Wieso, was gefällt mir das? Es geht hier um eine Tänzerin hier und ein Kind, der spielt Fußball und hier ein Musiker oder Musikkant. Ja, Musikkant nennt man das besser, mit einer Gitarre. Und, ach, das ist ein Cowboy, der ist ein Pferd, oder? Ein Cowboy mit einer Trompette, weiß ich nicht, wozu es das ist. Und noch ein Hut hier und in der Mitte ist Wein, Wein und eine Sonne, Weintrauben hier und hier. Was schön da dabei ist, was ist das Sehen, ist das hier, guck mal, beweglich, gesehen, das ist beweglich. Und das ist auch beweglich, wow. Und, was ist das hier, dieser Dame, eine Tänzerin hier, sie ist auch beweglich. Ich kann mal drehen, guck mal, oh, gesehen, der auch, oh. Und die auch, oder? Der kann auch bewegen, guck. Eieiei, und das auch, ach, was ist das jetzt alles sehen? Der Kopf, ach, der Kopf geht das auch. Aha, und der auch? Aha, das muss, guck mal, ob der Cowboy hier, der kann auch den Kopf bewegen, bestimmt. Ja, so gut, so ist besser. Und das hier, das geht nicht nur, sein Fuß. Die Füße kann mir noch, und der Musikkante hier, was mag der Musiker, nicht Musik, der Straßenmusiker, der hat, ja. Oh, so ist das besser. Sein Fuß, kann man auch, seine Gitarre ist fest, kann man nichts machen. So schön ist das. Finde ich gut, so eine Kunstwester zu sehen. Jetzt sehen wir noch einmal rum, was macht die hier, die gucken alle nach oben. Okay, bis dann, bis zum nächsten Mal in der anderen Stadt, ja. Tschüss.